noch haben wir tatsächlich nichts geriest ja kommen das ja wenn wir so viel kommen doch von hier jetzt gar nicht zurück weiter 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 gut stimmt wir haben so ein ding gefunden ja das heißt wir haben jetzt sechs da und zwei da da haben wir schon acht cool ja so kommen wir jetzt gar nicht wieder dahin also wir werden ja nicht wieder zurück ist wurscht wir müssten ja wieder von uns aus der händel wäre natürlich anders cooler gewesen wir können auch wieder rein porten ich will mal kurz gucken der zweite krieg von leon ja kein sieg für den goldenen oder für den mond kein preis nur buße und die geburt eines schwurs okay so dann ja sind wir warte mal da hinten ist doch noch was ach so ja okay der ort von dem wir her geswucht wurden da wurden wir einfach rüber gesnipet da könnt ihr nachher schön 4k standbilder genießen sturmfalkenfeder ich meine ich könnte auch in 4k aufnehmen dann lohnt sich das standbild wenigstens ich muss mal gucken ob ich allen ring auf eine sd karte verschoben habe und ob es deswegen so grottig läuft das kann ja nicht angehen hier na gut dann porten wir mal wieder hin ich weiß halt gar nicht ob da ist es der letzte punkt das kann ja nicht sein gibt es ja keine gnade mehr vor dem entding was ist überhaupt das entding gewesen und überhaupt aber ja ich glaube schon oder wir sind hier raus und dann war da ja schon fast der dude ane klatsch wir sind ja da hoch dann hüpfen wir wieder hoch stimmt dann waren hier die ganzen dudes und dudettes ich seid wieder blöd ich hätte wieder die runen ausgeben sollen jetzt habe ich wieder so viel was auf dem spiel steht ich spüre eine gewisse motivation ihrerseits aber das war jetzt recht blufig da haben wir beim wolf mehr problemen gehabt also vor dem wolf mit dem wolf so dann gucken wir doch mal was hier so ist vielleicht dieser don in der gnade gewesen bevor ok keine gnade für uns eure gnaden ich muss die auch mal ändern die sieht schon aus als wäre ich gegen die wand gelaufen ja hi es ist übrigens der trailer für hogwarts legacy es ist halt ja 20 jahre nach dem harry und termine mit ron die schule verlassen haben ging alles den bach runter ich werde bald berthi eine neue eine süße, frage und pure woooaah woooah Wo ist sie? Oh, okay. Au. Das tut ja voll weh. Jetzt müssen wir mal kurz gucken, wo hier wieder was leuchtet. Das war die Kiste. Die können wir jetzt so nicht aufmachen. Ah, da hinten. Tut mir leid. Hier wirkt ja ganz nett so. Hier sinkt echt schön, also. Das ist der Wahnsinn. Hat ein bisschen was von hier Automatoren gehört. Man sagt ja mal ein bisschen, es macht aber. Aua. Dem habe ich jetzt nicht gerechnet. Plom. Kriegen wir da jetzt im Hintergrund, ihr habt den Sound gehört? Kriegen wir jetzt die ganzen Ruhnen von den ganzen Schülerinnen? Vor allem, wo sind da die Schüler? Nur Schülerinnen. Ich war die Schwester in Schule. Hm? Ja, genau. Ja, das Lynch. Ja genau. Ja. Das heißt, es sind tauer.- echt jetzt selbst da ruggelt wie gemein kann aber wirklich sein dass es wegen der sd karte ruggelt oder so weil es sieht so aus als würdest du mal hochgehen wenn es irgendwas lädt piranhee wir dürfen unsere duden beschweren das ist schon mal nett warte kurz ich beschwer kurz meine duden ah drück mich nicht bitte Danke. Komm, dich machen wir weg. Ah, dich machen wir weg. Nein, wir wollen dich noch wegmachen. Wow. Wow. Ah, das macht sie also immer, wenn sie einem schwört, okay. Okay, ich dachte, dann kriege ich nur einen auf dem Segel. Komm schon, so viel Leben hast du gar nicht. Nein. Wow, okay. Witzigerweise ist der Kampf als Nahkämpfer viel witziger, weil als Fernkämpfer habe ich immer nur versucht, logischerweise einem auszuweichen und dann auf sie zu ballern, aber... Oh Gott. Ich dachte, dem kann man einfach weglaufen, aber eher weniger. Jetzt geh doch nicht weg. Ja, nein. Ach so, sie ist noch gar nicht tot. Ah, da hat eine Rache. Ah. Witzigerweise, mein liebter Vater, bleib deine Nacht in mir. Ja. Da fällt mir ein, wir haben noch gar nicht die Rune von Dingles aktiviert, gell? Von Godric. Da fällt mir ein, mein Liebter, bleib deine Nacht in mir. Ja, da fällt mir ein, woher du gehst? Da sind die Bücher und Licht, da sind viele, dither nicht. Da fällt mir, sage ich, oder werden sie gravestone, um besser zu sein, um besser zu sein, um zu sein, um zu sein. Ah, du, ist es dein Wiesch, eine neue Neue zu sein? Nein, noch nicht. Nein, danke. Vielleicht wann anders. Oh damn, wir haben 47.000 Drunen. Oh. Drunen. Ähm, dann können wir ja ein bisschen ausgeben. Und zwar machen wir nochmal so einen hier rein und mehr Geschick. Und was war nochmal? Das hier war für Leben. Dann machen wir noch ein bisschen Leben. So. Man könnte sie sogar einfach angreifen, glaube ich. Aber wir haben sie ja schon einmal besiegt. Das reicht uns. Jetzt können wir aber mal gucken, was da hinten noch ist. Wenn man da die Hausdächer runterspringt. Das müssen wir jetzt dafür erst wieder freiräumen, so. Ich glaube, hier war das, ne? Hier lang. Wow. Was ist das eigentlich hier? Ach, da war das. Okay. Dann gehen wir mal da lang. Dann können wir, glaube ich, hier rüber. Dann müssen wir da dem auf den Kopf fallen. Tun wir nicht. Okay. Macht nichts. Schauen wir auch so. Dann kommt der junge Mann. Und hier. Wo sind da noch? Alle drüben. Jo. Und hier gehen wir dann nochmal runter. Und dann gucken wir uns mal um. Och ne. So einer. Ach, vielleicht schafft ja unser Blutgetöden das auch ganz gut mit dem. Oh ja. Cool. Och nö. Die sind Fernkampf. Ah. Ja, geil. Nein. Ich sehe doch nichts. Oh Gott. Ja. Okay. Irgendwann passiert das mal so mit einem Sprung. Dann werde ich aber echt böse. Am besten noch bei irgendeinem Präzisionsangriff. Sprung. Keine Ahnung. Und dann. Boom. Lux. Bulken. Schick mit dem Pfeil. Könnte ich öfter tragen. Werde ich wahrscheinlich noch öfter tragen. Oh ja. Vögel. Unten. Mage. Das ist die Frage. Kann man die irgendwie weglocken da? Sind aber keine Vögelvögel, sondern halt so funky dudes. Aber das geht ganz gut in Anführungszeichen. Also zumindest kann man die so herholen. Man muss sich ja zu helfen wissen. Wobei ich bin ja auch dumm. Ich könnte einfach wieder Pfeile craften. Da muss ich nicht so Kram auszugeben dafür. Naja, egal. Jetzt ist er schon unterwegs. Der kleine Breakdancer. Hat er uns eigentlich schon entdeckt, oder? Was ist eigentlich, wenn wir hier jetzt einfach sagen, wir sind ein Gegenstand. Was sieht er eigentlich? Enttarnt uns das, wenn wir da jetzt einfach... Er könnte sich gerne mal umdrehen, wenn er wollte. Oh. Ist ja witzig. Hehe. Das ist mir jetzt egal. Das... Der Skill ist schon heftig, aber... Das war es mir wert. Nein. Nicht mit deinem Buch. Nein. Bop, bop, bop. Okay. Aber das mit dem Vogel war jetzt nice. Ist ja witzig, dass man die so runterholen kann. Und es hat nicht mal... Also, er hat uns gar nicht angewiesigert. Er ist einfach nur runtergekommen, weil wir irgendwie getriggert haben. Durch unsere Anwesenheit. Und dann geht es hier runter, oder was? Und die Leute einfach versucht, hier so hinzukommen, oder? Warum sind sie dead? Dead. Was war das da? Das habe ich ganz genau gesehen. Achso. Okay. Naja. Dann gehen wir wohl hier runter, ha? An was hätte gestorben? Okay. Du auch, oder? Also, den Weg gehen ja... Jetzt ist der Controller leer. Ja, Momentchen. Der Controller leer. Wenigstens hat er sich vorher angekündigt, so nicht mitten im Kram. Okay. Cool. Das heißt, da lang zu gehen, war ja dumm von denen, oder? Wie sehe ich das? Achso, die haben versucht, da rüber zu springen. Ja, das... Aber die Frage ist, ist es intelligenter, darüber zu springen? Ja, schon, oder? Ja, doch. Sieht ganz gut aus. Kann man mal machen. Und da unten rechts ist dann einer. Und hier ist einer. Die machen halt schon arg Schaden, ne? Das ist halt schon nicht lecker. Der Swoosh ist so viel wert. Jetzt darf ich nur nicht dumm sein. So, aber wo geht's denn jetzt hier weiter? Ähm... Geht's hier überhaupt weiter? Oder geht's wieder zurück? Und hier rüber, runter. Wir gehen mal rüber, runter. Wer kommt mit? Ja, wahrscheinlich müssen wir da dann rüber, ne? Oh, hier geht's auch noch eine rüber. Eine rüber, runter. Ja, oh, oh, oh. Wie kommen wir denn... So. Ich glaub, den wollen wir nicht triggern. Aber hier können wir ja mal lang gehen. Ach, und das ist das, wo wir dann da oben hoch und runter gefahren sind. Also, beziehungsweise hoch. Das Ding, was uns den Arsch gerettet hat. Ich würde aber mal kurz gucken, ob ich vielleicht Pfeile herstellen kann. Dann hätten wir nämlich einen kleinen Vorteil. Ich mach mal ein paar. So, den Bogen haben wir ja noch. Aber keine Pfeile ausgerüstet. Sehr gut. Ähm, warum? Weil wir Bolzen drin haben. Warum auch immer. Hab ich jetzt Bolzen hergestellt? Ah, ne, ich bin nur dumm. Okay. Und jetzt können... Ach, da kommen wir so eh nicht rüber, ne? Händen wir da hochgeklettert? Oder hätten wir da einfach nur runterklettern können? Hätten wir da runterklettern sollen, ist die Frage. Die Frage ist auch, bringt uns... Ne, wir müssen ja darüber. Okay, interessant. Was ist denn jetzt, wenn wir den hier... Toll. Ist das ein Nahkämpfer? Scheint so, ne? Der ist nicht gestorben, richtig? Doch. Praktisch. Geht das bei dem auch? Nein, der Zerbeer läuft doch nicht um die Ecke. Na gut. Dann gucken wir mal. Wir müssen wieder hier rüber, glaube ich. Bitte spring nicht daneben. Oh Gott. Wir hätten hier rüber müssen. Okay. Das heißt, wir müssen hier rüber und da rüber und hier runter. Oder? Wir können zumindest da rüber. Und runter. Und dann gibt es hier ja eine Tür, habe ich gesehen. Nein. Da ist ja was drin. Graben. Okay, interessant. Das weiß zwar nicht, was es mit dem Graben auf sich hat, aber... Ich denke mal, da müssen wir doch wieder hoch und dann da rüber springen. Jetzt ist ja aber wenigstens nur noch einer da. Und wenn es kein... Warum steht da? Da war doch eben... Da oben ist doch ein kleiner... Dude. Okay, der ist motiviert uns irgendwie ans Leder zu gehen, glaube ich. Wir springen da runter, komm. Ich glaube, die Krabbe da, die würde uns eine gute Mütze geben. Also nicht für uns gut, aber... Eine allgemein gute. Kannst du jetzt mal aufhören, da bitte dagegen zu schießen, sondern den Typ treffen? Okay, danke. Jetzt. Bitte. Spring doch einfach runter. Na gut, dann so. Okay, also, den haben wir auch. Da oben ist doch ein Typ, der auf uns lauert. Auch wenn er nicht kam bis jetzt. Aber der lauert da. Was ist denn hier oben noch gewesen, dass man hier so viel noch machen kann? Jetzt sind wir halt... Laufen halt auf Reserve, ne? Oh, oh. Hinter uns ist was. Oh, oh. Ach, hier kann man rein. Oh, da ist ja noch einer. Ist das nicht das mit dem Dude, der da unten mit seinen komischen Knochen-Dudes, äh, abhängt? He, abhängt, weil sie alle an der Decke hängen. Muss ich mich da runterfallen lassen? Nee, ne? Oder? Doch. Nee. Oder? Nee. Oder? Hm. 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 Was bringt mir das was, bringt mir das was, da runter zu gehen? Ist das denn ein Gebäude, in dem wir noch nicht waren? Kirche, das Kuckuck, Kuckucks. Das könnte halt locker sein, dass wir da schon waren. Und dann springe ich da umsonst runter. Und dann? Nee, aber da waren wir noch nicht, oder? Ach, ihr macht mich fertig. Na, dann gehen wir halt da mal drauf und so. Wahrscheinlich gehen wir wirklich einfach drauf. Geh mal da schön sachte auf das Ding da rauf. Danke. Oh, das ist doch der zweite Schlüssel, oder? Den wir für Tops, Tops, Tomst, holen können sollen. Wo er uns gefragt hat, ob wir ihn auch einbringen können. Oh, oh. Nein, wir haben doch kein... Wir haben doch kein Leben mehr. Nichts zum Heilen. Stirb doch. Nein. Wenn wir einmal gehittet werden, sind wir so dead. Warum machst du denn sowas? Jetzt kommt gleich der andere. Nein. Als würde ich den ganzen Weg jetzt noch einmal schaffen. Warum? Warum? Kann man da einfach hinlaufen? Ja, hi. Da bin ich wieder. Wir können noch mal über Wiedergeburten verhandeln. Ach ja. Na gut. Das gucken wir uns dann beim nächsten Mal noch mal an, ob da noch irgendwas war. Aber wir haben ja schon wirklich viel Progress gemacht. Also jetzt mal so, ne? Zum Verhältnis zu sonst so. Aber das war jetzt lustig, ja. War auch ein sehr befriedigendes Gefühl, den ganzen Kram zu schaffen. Vor allem sie halt. First Trail, hätte ich nicht gedacht. War manchmal ein bisschen knapper, manchmal weniger. Ja, wuhu, lame, Blut und so. Kauft's euch selber, macht's selber. Dann bis zum nächsten Mal. Tschüssi. 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 Vielen Dank.